Herzlich Willkommen, mein Name ist Harry, was kann ich mit dir? Hi, ich hätte gerne einmal den Dirty Louisiana einzeln. Gerne mit Bacon oder oben? Ja, dreimal Bacon, aber bitte nicht auf dem Burger. Okay. Eine große Pepsi Light. Pepsi Light, ja. Und dann einmal den Creamy Garlic Dip. Garlic Dip, ja. Den Kentucky Barbecue Dip. Die Barbecue Dip, ja. Und den Real Tomato. Alles dann? Ja. Dann haben wir den Dirty Louisiana. Einmal den Kentucky Barbecue Dip. Einmal den Real Tomato. Und einmal den Garlic Dip. Ja. Eine Pepsi Light. Ja. Und dreimal Bacon. Genau. Möchten Sie noch einen Cookie als Deseer? Nee, danke. Dann haben wir 11.48 Uhr. Danke dir. Danke. Ja, wunderbar. Danke dir. Ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe auf uns der eigene Fast Food Review. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir uns zum Parkplatz und dann schauen wir. Was er kann. Dirty Louisiana. Ich habe für den Dirty Louisiana 5,99 Euro gezahlt. Es gibt einen neuen Burger und drei neue Dips. Ich habe mir jetzt mal alle drei geholt. Ich mag ja keine Pommes, deswegen habe ich einfach Bacon als Beilage genommen. Ist das eklig? Es gibt bestimmt wieder jemanden in den Kommentaren, der das eklig findet. Schreibt es doch mal unten rein. Das ist einmal die Creamy Garlic Soße oder Sauce. Real Tomato oder Tomato. Je nachdem, ob man Englisch oder Amerikanisch sprechen möchte. Und... Barbecue. Dreimal Bacon. Das ist der Dirty Louisiana von KFC. Wir haben ein Brioche Style Bun mit Grillmark Super Charger Soße. Eine Scheibe Cheddar. Scheibe Blätten Cheddar. Ein Kartoffel Rösti. Nochmal eine Scheibe Cheddar. Dann die Barbecue Soße. Fried Chicken. Und ganz unten haben wir dann eine Pfeffersoße. Also eine Pfeffermayo. Und Salat. Den Dirty Louisiana gibt es nicht nur in Deutschland. Den gab es vor ein paar Monaten auch schon in England. Und da ist er ziemlich gut angekommen. Die hauen da jetzt einfach mal drei verschiedene Soßen drauf. Wie geil ist denn das? Ob es dann schmeckt? Sehen wir ja gleich. Ich werde ihn jetzt ohne Bacon probieren. Und dann hauen wir ein bisschen Bacon drauf. Und dann probieren wir natürlich mit Bacon. Weil... Ihr wisst ja. Es kann je genug Bacon sein! Ich habe was vergessen. Es sind auch Gewürzgurken mit drauf. Ganz wichtig. Fried Chicken und Gewürzgurken sind ein ganz großes Ding in den USA. Schmeckt auch ziemlich, ziemlich geil. Ist bei uns gar nicht so verbreitet. Die sind mit drauf. Die habe ich auch gleich am Anfang geschmeckt. Die Gewürzgurken. Die kommt richtig gut durch. Der erste Biss. Ich habe wirklich alles gehabt. Ich habe Käse gehabt. Ich habe Hühnchen gehabt. Ich habe alle drei Soßen gehabt. Es ist schon abgefahren. Es schmeckt echt gut. Probieren wir mal schnell die Soßen. Als erstes probieren wir mal die Barbecue Soße. Bacon. Dippen. Essen. Wow. Was für eine abgefahrene Soße. Die ist saumäßig gut die Barbecue Soße. Real Tomato. Bacon. Soße. Dippen. Essen. Auch die ist saumäßig gut. Faszinierend. Garlic Cream. Garlic Cream. Bacon. Dippen. Essen. Alle drei Soßen sind einfach nur der Wahnsinn. Jetzt hauen wir den Bacon auf den Burger. Bacon. Bacon. Lassen wir uns mal Bacon regnen. Lange Räder. Kurzer Sinn. Ich finde einen Dirty Louisiana ziemlich... Kommen wir zur Bewertung. Der Dirty Louisiana von KFC bekommt von mir fünf Bärte. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Er ist tatsächlich auch ein bisschen scharf durch diese Supercharger Soße, die ja schon auf dem Double Down Singer XL drauf war. Aber macht gar nicht so viel aus, weil die Süße von der Barbecue Soße und das Pfeffrige von der Pfeffersauce, das funktioniert mit dem Fried Chicken und dem Kartoffelrösti und dem Bacon, den ich da noch drauf gemacht habe. Also immer mit Bacon. Ganz klar. Als ob es eine Option ohne Bacon gäbe. Es passt alles zusammen und es ist im Gesamten wirklich ein richtig geiler Burger. Es ist eine ziemliche Sauerei für Barträger, wie so oft bei KFC. Aber scheißegal. Dafür schmeckt er gut und er ist nicht langweilig. Es ist kein Standard 0815 Burger, wo einfach nur mal Bacon draufgelegt wird oder ein Onion Ring. Es ist wirklich mal ein Burger, der komplett von Grund auf neu kreiert worden ist. Und das finde ich richtig geil und deswegen hat er fünf Werte verdient. Das Teil ist echt der Hammer. Das war es auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry!